Hallo Leute, da bin ich, EmreL70. Wir machen mal eine kleine Nebenquest. Ich habe ja gesagt, hin und wieder nehme ich den Spielstand und ich wollte mal sehen, wie das mit so einer Camp funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Ich habe mir ausgesucht... Wir haben ja schon unsere Rüstung. Verdammt, ich gehe halt... Schatzsuche nach, ich glaube, Greifenschule. Hier genau. Und ich wollte einfach mal sehen, wie das ist. Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr Interesse habt, davon ein bisschen mehr zu sehen. Ob ich das ab und zu mal machen soll, aus Spaß an der Freude oder auch nicht. Und... Jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Das ist meine... Du hast gerade die Gedärme durch die Gegend geschossen. Ich habe hier meine kleine Logitech, die ich sonst ja auch habe. Für Skype und sonstige Sachen. Ich weiß nicht, wie das qualitätsmäßig ist. Wo müssen wir denn hin? Hier, machen wir uns mal eine Markierung. Und latschen der mal nach. Ja, sagt einfach mal, ob ihr dazu Lust habt oder nicht. Ich weiß nicht. Man kann ja da auch nicht laufen in die Camp gucken, oder? Ich muss doch kämpfen, Leute. Ups! Eieiei, ihr seht schon. Ich bin hier die volle Chaos-Maus. So. Ähm... Was ist das? Heiliger Bim Bam! Ähm... Was haben wir denn? Quen? Mach mal. Ich weiß schon gar keine Tastenkombinationen mehr hier. Ich weiß schon gar keine Tastenkombinationen mehr hier. Nein, nein, nicht boxen! Bist du bekloppt? Hm... Ja, ich weiß nicht, wie er sein Hengster-Zeichen nehmen soll. Aber egal. Stehen Genio streamen wir hoffentlich auch so glatt. Komm mal her. Aua! Wo ist er denn? Ist der da festgebasht? Komm, raus aus deiner Engel! Feige! Nuss hier! Feige! Feige! Penner! Geralt wegküpfen! Ja, ihr seht es nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Camp so hinfliege. Weil, äh... Ich seh nichts. Aua! Geralt! Weg! Ich bin ja mit dem Schwier- Äh... Puh! Das war aber knapp. Typisch. Chaos-Tante, ne? So. Wo ist denn jetzt dieser Schatz? Verlau mich. Lass mal gucken hier. Ey, da weiß ich schon gar nicht mehr die Tasten-Kombis, ne? Hm. 14 Tage nicht gespielt. Kurzzeitgedächtnis. Eieiei, ich werd alt. So. Wir müssen doch hier irgendwo sein. Ah ja. Hier sehen wir was. Hm. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Na dann mach das mal. Ich denke mal, den Bewacher des Schatzes haben wir schon niedergehauen. Hm. Okay. Okay. So groß ist ja sein Areal nicht. Ah, die Musik ist trotzdem immer noch schön, ne? Ja, das muss ne Kiste sein und nicht so Müll. Da hinten. Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert. Na so. Gut. Dann haben wir die kleine Nebenquest gemacht. Das war eigentlich das, was ich machen wollte zum Testen. Haben uns also das meisterliche Greifenstahlschwert geholt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht machen wir dann die anderen Dinger auch noch. Einfach just for fun. Eure Emreel70. Ciao, ciao. Ciao.